Es ist schön, dass dank dem Ja von der Stimmbevölkerung in Zukunft rund 180 Kinder in der neuen, tollen Tagesschule im Weißlochgut einziehen können. Essen, Spielen, Lernen ist dort angesagt und das in einer wunderschönen Umgebung im Nähe des Egusees. Ich freue mich auch, dass Kinder im Bauernhaus, das rund 400 Jahre alt ist, in die Vergangenheit des bäuerlichen Lebens in der Stadt Bern eintauchen können. Untertitelung des ZDF, 2020